Hey Superglattbo, 7 zu 0. Hey Superglattbo, 7 zu 0. Ja, es war wunderschön. Ich bin es, der da ja, im Lärm, Merlin. Die Klassenfahrt war geil. So schönes habe ich noch nie erlebt. Das habe ich echt gefreut, so einigen wieder zu sehen. Meine Jugendfreundin Elke ist natürlich im Krankenhaus. Und den Wehra habe ich auch nicht gesehen. Aber ist nicht schlimm. Wieder beiratet. Ist nur schade, dass manche nicht gekommen sind die. Ja, ich finde es schade. Ja, ist halt egal. Könnte man machen. Herr Bosch hat so ein paar tolle Sprüche gestern reingehauen. Ich bin es. Ja. Das Ding ist regenfrei. Wahrscheinlich würde ich heute in der Steaksbühne fahren. Ich habe noch ein Ticket. Wenn das nicht klappet wird, kann man mit dem Bus. Und wenn das nicht auch noch mitfährt. Allein habe ich gern Lust, mich da hinzustellen. So meine lieben FBs und ehemaligen Schulkameraden, die mich vielleicht sehen können. Das war echt super. Das müssen wir nächstes Jahr mal wiederholen. Vor allen Dingen würden da noch ein paar Viertel mit mir in meinem Fuß. Motorradfahrt. Ein bisschen geirrt, dass der Herr Bosch hat hier auch ein Motorrad und einen Roller. Da muss man so viel Arme werden. Ein armer Sau ist das. Als Rentner. Ja, ich habe gerne noch gut zugehört. Das war echt super. Ja. Das ist das, was mir nicht so ausmacht. Ich habe ja den Regen schon. Ohne wasserdichte Kamera. Ohne Freunde, die immer mit mir geht. Das ist das, was ich mir nicht so ausmacht. So, ich bin da mal ein Schiffchen. Noch mal zur Information. Mein Hund würde, wie schon gesagt, auch nicht auf der Straße kochen. Er muss immer Grün haben. Kann man den Hund beibringen. Überhaupt nicht Thema. Mensch, jetzt wie meine Schulkameraden. Ich bin der einzigste mit Hund. Ohne Schweinehund. Merlin, mein süßes Mäuschen, komm. Komm, schön. Komm. Wir singen ja wieder barfuß im Regen. Tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen. Leute gehen vorbei. Ich geh rüber, Herzen. Sie drehen sich alle hoch. Singen und singen und singen. 0 zu 7 haben sie gespielt. Die sind allen für bekloppt, hat sie auch recht. Komm, du mal leider. Ach, ein Geräusch habe ich gemacht. Fündchen gibt's auch. Das sind immer selten. Fündchen. Ja. Ciao. Oh. Tschüss. Tschüss. Oh Den zeigen wir den Garten machen Oh, der Original mit sechs jahren Komm, nimm mal hinter dir gucken, vorne spielt die Musik, ja, bist mein Freund, bist du Merlin, guck, da ist das so, ne, Merlin hat es mal nicht Ecke für den Bock, das triechst blöd, muss ich so drücken die Luft. Das ist das so, ne, Merlin, guck, da ist das so, ne, Merlin. Das 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 ist das so, ne, Merlin. Ich wünsche euch was. Komm, Dicken. Nicht da, erinnern, essen hin. Verstorbene Kerze. Manche haben Sprunge nicht, also die sind nicht mehr ganz dicht. Vor allem werden Traubens giftig für die Hunde. Das ist das so, ne, Merlin. Ja. 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 Das war's. Super! Meine Bussade machen wieder die Aser. Los geht's! So! Marschier! Der ist sozial! Wenn der sich beißen will oder wenn der Stress haben will, dann müssen wir mal sehen wie schnell er ist. Herr Burschot! Also seine Arbeit hätte ich auch nicht machen wollen als Feuerwehr. Hätte Feuerwehr, ehrlich nicht. Anspruchsvolle Arbeit und sehr stressig gewesen. Dafür sah sie gestern auch gut aus, muss ich mal sagen. Merlin, was ist denn? Nix! Ja, da weiß man. Komm hierhin! Hier! Hier! Merlin! Hier! Wenn er wollte, wie er könnte, würde er mich machen. Komm, Herr Freund! Hier! So! Muss mal ausmachen. Muss mich mal auf den Ruhm konzentrieren. Brauche ich gar nicht zu sehen. Na genau. Tue ich gar nicht. Komm geht's! Los! Los! Oh! Du gehst noch ein Stück hoch. Du musst doch bestimmt. Du hast doch vorhin gefurcht. Du stinkst doch schlimmer als die Alte. Das geht doch. Fein! Die lachen dich nicht aus. Das sind Bussale. Geh! Eigentlich sitze ich dir im Hals. Das ist ja keine Regenpaus. Das ist ja furchtbar. Ich bin bei der Wetter. Hückel und Dekor. Söhlen. Musizieren. Ich aber mach ja keinen Bock zu. Von oben alten Sack von 70. 75. Früher schöngeköllner dem Braukessel. Da war doch ne schöne Zeit. Ja. Kennen die alle nichts von, ne? ich stören fried der merlin dann kommen wir noch ein stück oder kack jetzt sein kommen wir ihn hier ihn aber habe ich heute drauf ist ein schöner stehen das ist der merlin und so werfen wir den Jobdruck ja da ist ja nicht so schlimm und die wollen greifen die welt an hallo Herr Fingerhut lecker bist komm jetzt komm ich tu dir doch nix komm los noch ein stück komm was sollen die da oben sagen ich habe früher Handlanger gemacht für den Fliesenleger komm los geh weiter du bleibst nicht stehen du entleerst dich oder lässt sie bleiben aber ich bestimme die Runde los ich habe früher Handlanger gemacht für den Fliesenleger dann habe ich 50 Kilo Säcke genommen davon hätte man rechts also 100 und auf der linken Seite 100 Kilo und habe ich geschlebt ganz nicht immer so viel haben wir Wette gemacht da war natürlich nur ein Schatz da habe ich nicht ständig gemacht 200 Kilo am Buckel gehabt habe ich Zeugen für Peter Neuhausen die Menschen seht ihr ja 50 Kilo Käse guck mal oh er gibt mich am Arsch ja ja fei machst du das ja du gehst weiter geh ein ein schön eh ich war ja noch nie in Sport gut aber nach der Schule bin ich dann doch mal richtig zum Fitnesskurse gegangen Yoga gemacht Waldläufe gemacht mit Gewichten also Scherze sind wir 67 da haben wir auch keine Lust für aber der ist so stur der ist so stur sein als der Dicke hier ich würde mich töten wenn er konnte jetzt streut kein Futter mehr ach mach den nicht mehr bitte ich war schön unterwegs und Gabi ich streut nicht mehr komm geh das ist unsere die den Bus hat und die Dicke die fliegenden Raten füttert die Fliegen Raten sind Krähen und Elfstor und Raden ich hab Lust der gerne Lust hatte das zwinge ich aber jetzt dazu zumindest es noch eine kleine Runde geht so komm mal aus ich wünsche euch was kommt gleich auf Facebook könnt ihr posten ja ich hab ein bisschen Frust hab ich dass der keinen Bock hat der hat sich vorhin noch nicht entleert gehabt deswegen muss ich ja lehren sonst geht ich ja als Tierquäler noch brauchen keine Pimpos ich auch noch nicht Ciao hau schön eh ja ich bin ja ganz stur drin komm Merlin das reicht jetzt und dann geh ich mit ihm jetzt rein ja Merlin kommt hier 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 da Wodka hier die interessieren mich nicht die zwei ich kenn die Hunde nicht mit ja komm hier nicht ich kenn das gut dann wär doch geschehen hier hier das ist das ist hier ein hier das ist hier Kilo наша Ich weiß nicht, wie viel Kilo ich geschleppt habe, war noch als wann das war am Morgen. Bis dahin, so viel habe ich zu tun, dass ich immer mit dem Hund raus muss. Mit dem Folie. Opa Lamour, 6 Jahre alt. Aber ich bringe kein Wasser. Habe ich den jetzt gescheucht. Ich habe beim Großbau Quinkler, Stüben und Schuster im Sub gearbeitet. Also für jemanden. Möchte ich jetzt nicht nennen. Aber die haben auch immer alle. Bei Quinkler habe ich sogar persönlich gerade in der Firma gearbeitet. Ich habe immer gesagt, was bist du eine CSO? Da war einer, der war Tageabbau gewesen. Jetzt kann man es bohren um. Der hat ja auch nicht gemacht. Coole Schleppen und so. Bergwerk, egal. Und der war auch drahtig. Und dann hat man eine Wette ablaufen gehabt. Wegen der Dielen. Ich habe gesagt zu ihm, ich nehme mal eine Liter mehr als du. Ich habe es gemacht. Der war verzweifelt. Und der war schon jahrelang bei Quinkler. Keine Schau. Ist so. Ich kenn einige. Ja. Düsseldorf. 20 Meter. Vielleicht war doch noch mehr. In dem Gebäude. So ein Textilgroßgebäude. Da mussten sie eine 12 Meter Leiter in eine andere im Sattel reinstecken. Dann wussten sie, was sie getan haben. Da haben sie aber auch nicht mehr im Fitnesskurs. Hä? Mehr liegt Scheiß da drauf. Der Scheiß dritt aber auch nicht. Siehst du so flach. Da oben hochfliegen. Aber wirklich sind. Tu es nicht. Ja. Hier lebst du im Urwald. Ist genau wie in Australien. Ne. Aber Australien wäre gut. Also da würde ich auch gerne mal gewesen. Ehrlich. Super. Wusste ich nicht. Da haben sie auch französische Bulldoggen. Opa. Komm. Maino bummeln nicht. Ja. Weiiin. So. Ja. Deswegen ist ein bisschen. Ist der Magen und der Darm. Ist ein bisschen locker. Verlocker. Verlocker. Und gut ist es halt. Ja. 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 Echt hellörig. Auch wenn ich Teufel Lautsprecher habe. Sieben Uhr weit. Ja. Dann ständig. Heute Samstag. Ich hab schon Wecheraufgang. Gesaugt. Früher hab ich Kassenklimmer sauber gemacht. Und alles hab ich dann immer gesagt zu meiner Frau. Die ist mal bekloppt geworden. Ich hab schon alles gemacht. Ich hab auch Essen gekocht hab ich früher auch. Bei meiner Frau arbeiten war ich auch Essen gekocht. Und ich auch. War nämlich 10 Jahre Junggeselle. Komm Dicke. Komm mein Freund. Der da oben ist auch Junggeselle. Der wollt heut schon den ganzen Tag. Amorio. Nee. Den verschenke ich. Der hinter mir. Lame Kröke. Der soll sich eigentlich mehr glattbar haben. So als Balljunge war ich nicht. Auf keinen Fall. Apropos Balljunge. Bei. Jamania. 1900. Das ist hier oben. Ab Friedrichswald. Hab ich früher auch ehrenamtlich gearbeitet. Hab die Wäsche gewaschen. Hab dann gesagt. Wisst ihr was. Den Euro den ihr bezahlen sollt. Den spende ich immer an der Kasse. Wenn da Jungs bei sind. Die das nicht bezahlen können. Ihre Trikots. Oder Trainingsanzüge. Wenn die verschenkt wurden. Dann. Dann. Spende ich das. War schon. Törf. Hat man die Trainer immer machte. Schiedsrichterschein. Oder ein Trainerschein. Ganz ehrlich gesagt. Ich war noch nie gut. Die Fußball. So hab ich jetzt sein gelassen. So komm mein Freund. Komm. Merlin. Wisst ihr irgendein Bewerbungsfoto machen. Für Tok Tok. Aber das wird doch gern. Schlapp Tok. Das ist so. So. Das waren früher die Haschigstüten. Haschig. Kok. Speed. War alles drin eingepackt. Komm. Kommen wir. So. Ja. Ich hab's auch schon. Also. Wie ich. Gekifft haben. Ich spazier mich mehr. Und den. Am kleinsten. Wälder. Wenn das da 같습니다. Ich probest. Sie sind gefallen. Wir haben. Aber das ist ein Türkischer Kollege. Der hat der Gerneacional von der Hand. Spazier ich mich zu machen. Was hat der? So. Ehe curt. von der Herrn. Ich hab noch nie الص 对. Ja. Er wurde schon oft. Woll, wo lang geht. Ich würde ja immer gehen. Geht das Schluss. Komm! Haben wir oder nicht? Man sieht nichts mehr. Wo ist der denn? Ah, da ist er.